So, hier sind wir im Lido Restaurant. Heute ist orientalisches Buffet. Das ist hier auf Deck 9, auf Queen Elizabeth. Hier ist Buffet. Hier kann man leger angezogen. Auch zum Abendessen gehen. Viele verschiedene Salate. Hier. Schau, das ist dann hier. Jede Menge Auswahl. Und hier geht's dann rüber zum Dessert. Das Dessert ist dann hier. Und da sind verschiedene Blättereien, also wirklich Cremes, Kuchen, verschiedene Pies, Crumbles, alles, was man sich vorstellen kann. Das ist hier auf der Soft-Artsstation. Dann geht's hier drüben auf der Seite weiter mit den warmen Sachen. Hier ist dann richtiger. Schokuchen ist hier. Und hier sind dann die ganzen Farben. Die Flas, die Flas, die Flaschmaske. Das ist einiger Musik, und was sehr Glück. Wir haben auf der Flaschmaske.